Nächste Station Schwörstadt Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächste Station Beugen Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächste Station Rheinfelden Aufstieg rechts Nächste Station Härten Aufstieg in Fahrtrichtung rechts Nächste Station Wielen Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächste Station Grenzach Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächste Station Nächste Station Basel-Badischer Bahnhof Diese Zugfahrt endet dort Wir bedanken uns für die Fahrt mit DB Region Auf Wiedersehen Aufstieg in Fahrtrichtung rechts Nächste Station Nächste Station Nächste Station In Par�utást Nächste Station Nächste Station